Ich wollte dir das nicht antun, nie mehr, verzeih mir, also das wird ja angekommen, jetzt wurde ich den Schmerz, den ich jetzt habe, war ein Mann, der nicht lieben konnte. Es ist fürchterlich, wenn man aus dem Schmerz hat, so Gänsehaut zu kriegen, ohne körperliche Schäden. Ich wollte dir das nicht antun, nie mehr, verzeih mir, also das ist fürchterlich, wenn man aus dem Schmerz hat, so Gänsehaut zu kriegen, wenn man aus dem Schmerz hat, so Gänsehaut zu kriegen, wenn man aus dem Schmerz hat, so Gänsehaut zu kriegen. Ich wollte dir das nicht antun, nie mehr, verzeih mir, also das ist fürchterlich, wenn man aus dem Schmerz hat, so Gänsehaut zu kriegen. Ich bin doch den ganzen Tag nicht gesehen, gerade so gefährlich, einfach zu schmerz. Ich glaube, Sie eigentlich was wir gemacht haben. Ja, immer. Ja, ich weiß. Und dann komme ich auch, dass ihr mich im Kulturs zu machen wollt. Wir sind halb sechs aufgestanden. Halb sechs. Wir sind Gin-tonikisiert. Ja. Wir sind patternized. Ja. Das steht ja beim Studi-Vollzieren. Das steht auf meinem Pullover, den ich dabei habe. Handsarbeit. Warte, ich gebe dir immer deine Tasche.